Moin Leute, wir spielen jetzt eine Runde, zwei Runden, Tower of Jump. Also jetzt ist einmal, ist direkt diese Runde fertig. Ich hatte 13 gewinnrichtige Leute. Ich bin hier der Pupi, Leute. Ich werde auch einmal der erste Runde Pupi. Wir müssen das dreimal, glaube ich, weil das so einfach ist. Ich bin hier der Pupi, aber ich bin hier der Pupi. Also, nein, es ist ein Videoschuh. Videoschuh. Videoschuh, das ist ein Video. Leute, ich bin fast fertig. Leute, ich bin jetzt fast am Ende. Es ist noch eine Minute und ich bin schon am Ende. Dieser Video war nur eine Minute. Die mache ich auf keinen Fall am Ende. Das war's mir jetzt hier. Ich habe jetzt in die Wunde. Ich gehe dabei. Da kann man so spielen, spielen. Bla, bla, bla machen. Und so. Und so. Ich gehe dabei. Ich hab gewonnen, ja hier kann ich was machen, oh oh ok 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 ok, das ist ok, was kann man ja alles machen Wow, schwimmen, was ist das, schwimmen, was ist das, ja es ist geil, es ist geil, oh ja, ich mag das, ich mag das, oh, oh, da kann man so ein Ding holen, da kann ich Leute wegschubsen, da werden das niemals schaffen, oder? Oh, das ist nur das da Ich hab, warte, ich hab's geschafft Bro, ich bin in dieser Video eine Minute fertig gegangen Bist du? hole und proposed füff Aq leute ich kaufe mir gleich oben da können wir auch was kaufen ich habe das in die letzten minuten weil das auch eine minute war vielleicht mal das ist einfach obwohl wir haben noch wenig zeit ich habe das leute ich bin nicht der schaffe muss ja alle leute und abonnieren ja ich hab's geschafft in der letzten minuten ok leute also ihr müsst jetzt gleich und abonnieren weil sie es geschafft hat ja leute von mir weil ich mir so am ende leute von ihr euch jetzt mal am ende bilden hat ja alle leute von ihr habt gerne und wenn ich das sehe dass ihr nicht abonniert habt werde ich so sauer auf euch ich habe auch viel gesagt Leute, jetzt noch eine Runde und dann bin ich wieder fertig und editieren. Deswegen... Also das ist einfach. Voll einfach. Oh, Joke ist ein TV. Leute, es war ein Ding. Leute, ich bin einfach eingefallen. Aber es ist einfach. Leute, komm, ich werde jetzt nie hinfallen. Oh, krass. Leute, wir schaffen ja die 15 Siege. Gewinne. Das ist gewinne. Wir schaffen das 100 Pro, Leute. Oha, Leute. Ich hab's auf einmal geschafft. Bro, ich bin der einzige, der hier oben ist. Guck mal das da, Leute. Leute, ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, tschau. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschau. Wir sagen aus mid às 30 Minimum. Eben, alles drin... Wl patch? Ja, ich hab's. Wir sehen uns beim esfuerveren. Untertitelung des ZDF, 2020